Okay. Letzter Kampf, Melmetal-Führung. Ich habe gespielt wie ein junger Gott. Ich habe das Drago-Ran-Team besiegt. Melmetal, ich habe mir das so auf dem Kopf durchüberlegt und manchmal klappt es. Okay. Na okay. Okay. Rein theoretisch, ich habe immer die Warteschlange beendet. Müsste das reichen. Es kann aber auch sein, dass es nicht reicht. Melmetal am Ende. Mein größter Erzfeind. Wenn das jetzt auf 2999 geht. Dann weiß ich auch nicht, wie es weitergehen soll. Okay. Okay. Das war die härteste Season. Sollte es jetzt klappen. Das Team war am bekanntesten. Also das Team kannte jetzt schon jeder. Konter-Teams. Fehler. Weißer Bildschirm. Siege 10 als Niederlage. Rein theoretisch 18 pro Sieg mehr als Niederlage. Also 5 mal 18. 90. Okay. Ich meine, wozu spannend machen. Aber ich will, also wirklich, ich hätte lieber, dass das ein 3 zu 2 ist, als dass ich jetzt auf 2999 oder so gehe. Als dass ich jetzt auf 2999 oder so gehe. Aber ich versuche es. 10% Chance. Vielleicht den Boost. Das ist gerade das einzige Mal, wo ich ihn einsetze, weil das ist meine einzige Chance zu gewinnen noch. Da hast du 4 Sofortattacken schon mehr gehabt. Okay. Einfach nicht schilden. Nein. Einfach nicht schilden. Einfach nicht schilden. Nicht schilden. Bitte Feuerschlag. Dann ist diese andere Party-Stimmung hier jetzt am Start. Graudorn. Bitte, Graudorn. Was macht ihr? Was machen diese Graudorn? Schade. Das ist so knapp. Ich glaube, mir ist gerade ein Karpotor stecken geblieben. Nein, das wird von der Wechseluhr jetzt abhängen. Ja. Danke. Bitte Erdbeben. Bitte Erdbeben. Das wäre köstlich. Oh, Mama Mia. Ja. Okay. Wer gewinnt den Gleichstand? Wer gewinnt den Gleichstand? Wer gewinnt den Gleichstand? Was ist denn da los? Oh. Okay. Da hilft dir nicht mal der Boost, muss ich sagen. Da hilft dir auch nicht mal der Boost. Na so. Ei, 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 ei. Ja, Moin, Meister. Warum setzt du ein, wenn du nicht 2 Attacken hast? Das lernt man nur in Schillings-Videos. Aber okay. Ja, Moin, Meister. Quapuret ist der Chef. Ich zerfetze dich jetzt mit dem Blubbergefecht. Ich bin echter als echt. Ich habe nie an dem Team gezweifelt. Gegen ein Melmetal vorne. Der letzte, wichtige, entscheidende Kampf. Woooo. Ja, Moin. Danke, Leute. Danke, dass ihr diesen Weg abermals mit mir durchgestanden habt. Jetzt hatte ich sogar die App aufgehangen, gehängt, wie auch immer. Okay. Schließen. Nochmal öffnen. Ja. Ich habe eine Umfrage gemacht. 55% aller Leute wollten ohne Abwechslung mit dem Team mich schwitzen sehen auf Rang 10. Ich habe das finale Set, ich habe es komplett aufgezeichnet, aber nicht live kommentiert. Das hätte ich nicht geschafft. Ich habe gemerkt in der vorherigen Folge direkt wieder, ich zähle plötzlich nicht mit. Die Attacken und so. Ich habe hier alles. Jeden einzelnen Donnerschock von Melmetal. Alles bis aufs letzte Detail. Ja, jede Season bisher Rang 10. Freut mich. Und das mit so vielen Siegen mehr als Niederlagen. Ich habe neulich einen Screen gesehen, ich meine, ich gönne es jedem. Mit 40 Siegen mehr als Niederlagen und auch schon Rang 10. So ist das Punktesystem. Man muss nur in der letzten Woche spielen. Oh, ich bin happy. Jetzt bin ich echt happy. Hier noch auf Kämpfen das Set hebe ich mir für morgen auf, aber heute wird nicht mehr gespielt. Heute wird nur noch gefeiert. Nun zeige ich euch noch die Pose, die ich eigentlich haben sollte. Das ist sie auch schon. Und das Outfit muss ich persönlich sagen, gefällt mir nicht. Also die Jacke ist schon cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, die geht nicht so weit nach unten. Und die Hose? Na, schauen wir mal, ich werde es gleich zeigen. Ich glaube, das werde ich nicht die ganze Zeit... Ach, Moment, Spoiler-Alarm. Ich darf es ja noch nicht. Ansonsten klickt niemand mehr das Video an, wenn meine Freunde schon sehen, dass ich Rang 10 bin. Und die Schuhe dürften es, glaube ich, sein. Und irgendwie, ich weiß nicht, die Schuhe so flach und die Hose so pampig. Irgendwas gefällt mir daran nicht. Ich weiß es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, aber eingetütet und am Start Rang 10. Echt, vielen Dank an euch. Die ganzen Memes, die ganzen... Ja, ich habe mich aufgeregt. Ich habe rumgeheult. Würde jeder machen bei den Fehlern. Gut. Und nun muss ich mich aber sofort wieder umziehen. Nicht, dass das noch jemand sieht hier. Ja, Torgekiss. Komplette Legende. Wirklich einfach nur ein Legenden-Pokémon. Sollte eigentlich legendär sein. Für die Folge würde ich mal sagen. War es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Ich habe gleich noch ein paar Live-Kämpfe. Aber hier nun nachkommentiert. K73000. Wo auch immer du bist, wer auch immer du bist. Ich danke dir. Also, das war der letzte Kampf in dem Set. Melmetal vorne. Und ich dachte mir schon in dem Moment. Ah, schade. Ich gewinne vielleicht. Ich kann es nicht genau sagen. 20 bis 30 Prozent aller Melmetal-Führungen. Das ist eben die ganz große Schwäche von dem Team. Es ist hart, da zurückzukommen in dem Punktebereich. Weil die Leute da eigentlich perfekt spielen. Aber der Kasim hat meiner Ansicht nach einen Fehler dann begangen. Das werden wir dann noch sehen. Okay. Den Schild bekommen. Das finde ich persönlich für mich gut. Wenn das Dialga schildet. Ich meine, Spukball landen geht auch in Ordnung. Aber den Schild finde ich eigentlich gut. Jetzt habe ich einen Schild-Vorteil. Mein Giratina ist zwar schon mal weg. Und nun habe ich überlegt. Hm. Wenn das das Team mit Dragoran hinten ist. Ich brauche die beiden Schilde. Es kommt sowieso das Melmetal. Ich lasse einfach mein Target Kiss draufgehen. Okay. Eisenschädel genommen. Runter gefarmt. Ich bin noch nicht bei Flammenwurf. Eine sofort Attacke fehlt hier noch. Und nun drauf auf Melmetal. Und hier. Fragwürdig. Wurde nicht geschildert. Das war schon mal gut für mich. Wurde nicht geschildert. Ich gehe danach sofort hinüber. Und jetzt eine weitere Sache, die ich fragwürdig fand. Gewechselt, ohne vorher Kraftkoloss einzusetzen. Und da hätte man schon noch für einen Kraftkoloss, glaube ich, drinbleiben können, um mir den Schild zu ziehen. Das hätte ich schilden müssen. Und dann kam das Dragoran. Einen muss ich schilden. Und einen muss ich mir aufheben. Ich hatte gehofft, eventuell, je nachdem, Leck oder so. Nein. Aber Dragoran schafft es leider zu zweimal Drachenklaue. Den muss ich durchlassen. Die Attacke muss ich einfach durchlassen. Danach so viel Energie. Ich hämere sofort auf Eisenschädel. Denn wenn ich es noch vor dem gegnerischen Kraftkoloss mache, vermutet er eventuell... Oh, der geht direkt auf Draco Meteor oder Donner oder irgendwie so in der Art. Der wurde geschildert. Ich weiß gar nicht im Nachhinein. Hier, jetzt Achtung. Ich klicke nicht auf Donner. Ich mache noch zwei Feuerhundern, weil ich war irgendwie so überrascht, dass da jetzt nicht sofort eine Attacke kam. Wollte noch auf zwei aufbauen, vermutlich der Gegner. Und ich gewinne den Gleichstand. Gegen einen Mailmetall. Also muss das... Rein theoretisch wissen wir ja nie so genau. Dann muss da mein Donner ankommen. Und in dem Moment wusste ich, okay, ich kann jetzt nur noch verlieren, wenn der Sieg als Niederlage zählt. Und das passiert ja leider auch häufig. Aber ja, das war dann nicht so mein finaler Sieg auf dem Weg zu Rang 10. Und nun habe ich davor noch ein Set live aufgenommen. Das hat mich auf 2920 gebracht. Das hätte ich eigentlich heute hochgeladen. Aber dann kam schon Rang 10. Ich war überrascht. Und von daher viel Spaß jetzt noch mit dem live kommentierten Set. Der letzte Tag in der Meisterliga von Season 3. Heute 22 Uhr, wo ich das Video hochlade, wird es alle Ligen dann geben. Außer Primär Cup, also außer Hyperliga Primär Cup. Ansonsten Super, Hyper, Meisterliga und Meisterliga Primär. Ich habe eben 10 leckere Punkte für ein 3 zu 2 bekommen. Und ja, also kein Rang 10 leider. Und ich werde auch gleich noch erklären, was da gestern los war mit Fehler 6 und mit dieser Person. Das habe ich wohl entweder nicht ausführlich genug erklärt oder keine Ahnung. Okay, so, Mewtwo. Mewtwo hat einen rasanten Zuwachs hier zugelegt in dieser Season. Muss man wirklich sagen. 5, 6, 7. Neulich habe ich gegen Mewtwo meinen Giratina reingeholt. Da kam ein Relaxo rein. Viel Relaxo auch wieder am Start. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Also, du schildest mal nicht, dann schilde ich auch nicht. Wenn es Erdbeben ist, ja. Passt, nehme ich weg. Na und, boah, es wäre aber schon verlockend. Schilden und runterfarmen. In der Reichweite. Ich würde gerne mein Giratina reinholen, muss ich ehrlich sagen. Na und farmen. Aber dann zeige ich dir schon mein gesamtes Team. Und das will ich lieber nicht machen. Abgesehen davon wäre es dann zu einem Erdbeben gekommen. So hat das noch nie wer gespielt. Nicht schilden und dann direkt Erdbeben. So gefällt es mir auf jeden Fall. Also, finde ich mal spannend, dass die Leute das auch ein bisschen anders hier spielen. So, ich schilde mal einmal. Die Frage ist, gehe ich zu Aeroas? Ich vermute ein Dialga. Muss ich ehrlich sagen. Ich setze die Attacke ein. Und den Schild würde ich mir dann aufheben. Ich vermute echt noch ein Dialga hinten. Okay, das ist auch geschildert. Jetzt haben wir beide noch einen Schild. Okay, die eine sofort Attacke ging da sogar noch durch. Bitte kein Spukball. Und da ist auch schon das Dialga. Ja, das wird noch knifflig. Und mit knifflig meine ich ganz knifflig sogar. Aber ich habe noch Chancen, glaube ich. Es besteht noch der Hauch einer Chance. Und zwar, indem ich... Ah, du kannst dir hier viel Energie holen. Ah, nö, es besteht doch keine Chance. Ich muss nämlich Flammenwurf einsetzen, glaube ich. Ansonsten kommt Dialga zu zwei Attacken. Denn runterfarmen klappt, glaube ich, nicht. Auf der anderen Seite wäre das meine einzige Möglichkeit zu gewinnen. Also ich muss versuchen. Ich muss das versuchen. Wenn es mit runterfarmen nicht klappt, habe ich Pech. Ja, klappt leider nicht. Okay, also. Diese eine Person, wo da fünfmal immer dieser Fehler 6 kam, das passiert jedes Mal, wenn ich bei 2.900 bin. Also es vergeht kein Tag, wo das nicht in etwa bei drei bis vier verschiedenen Leuten jeweils drei bis vier oder von der Person sogar noch öfter vorkommt. Und den Namen habe ich ausgeblendet, dass den nicht irgendjemand meldet. Weil streng genommen ist das gegen die AGB. Wie gesagt, ich würde niemanden da melden. Und das Spiel funktioniert leider so. Das ist nun mal so. Aber wenn man ganz streng ist, dann ist sowas gegen die AGB. Und zwar sieht die Person meinen Namen. Er weiß. Ah, okay. Der hat ein Pokémon vorne. Das ist nicht gut gegen mein Pokémon vorne. Ich. Deshalb sage ich immer, mir fällt das Handy aus der Hand und so. Bitte nicht, mach das nicht nach. Aber dann schließt man die App. Das Internet stürzt ab. Und plötzlich, huch, muss man nicht gegen die Person kämpfen. Und weil hier kaum jemand kämpft, muss man sich einfach die Namen aufschreiben. Es gibt Leute, die haben eine Excel-Tabelle, Google Doc, geteiltes Dokument. Das teilen sie sich mit ihren fünf Freunden. Da trägt jeder die Teams ein. Dann geht man einfach immer raus und fertig ist die Sache. Okay, und die Person hat es jetzt auf Rang 10 geschafft von dem gestrigen Video. Also das funktioniert. Das funktioniert bestens. Diese Strategie. Und könnte ein Spukball sein, aber ich glaube noch kein Fokusstoß. Oder ich habe mich komplett verzählt. Okay, Flammenwurf. Das geht auch in Ordnung. Und hinein kommt ein Melmetal. Also, ja, weil hier gefühlt nur fünf Leute in dem Punktebereich spielen. Und man sich die einfach aufschreiben muss. Und dann, huch, aus Versehen stürzt die App ab. Jedes Mal, wenn ich gegen ein Team kämpfe. Weil ich jetzt gut gegen meines ist. So ist das Leben. Und ich möchte aber so nicht spielen mit diesen Hilfsmittelchen. Sagen wir mal. Deshalb, ja, leider kein Rang 10 in dieser Season für mich. Das ist der letzte Tag, wo es die Meisterliga gibt. Und mit 10 Punkten für ein 3 zu 2. Und mit 26 Punkten für ein 2 zu 3. Also 26 Punkte runter. Ist das leider nicht so ganz möglich. Ich werde runterfarmen. Ich werde komplett runterfarmen. Du wirst vermutlich dann rauswechseln. Aber dadurch, dass du einen Kraftkoloss drauf hast. Das gefällt mir. Ja, und dadurch, dass mein Team so populär war. Das ist mir leider auch zum Fängnis geworden. Aber ich freue mich wirklich. Ich habe so viele Kommentare gelesen. Hey, mit deinem Team dies und das. Danke dir dafür. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Also ich bin auch nicht sauer. Deshalb wurde irgendwas in der Art. Aber so. Ich glaube, ich behalte mir hier einfach keine Energie. Sondern gehe genau jetzt rüber. Also. Einmal schilde ich. Auf jeden Fall. Ja, genau. Die Counter-Teams so häufig gesehen. Und jedes Mal, also wenn man einen deutschsprachigen Namen sieht, dann ist zu 90% eine Sache der Fall. Entweder. Also irgendwas davon ist der Fall. Entweder die Person kennt mich und kennt damit mein Team. Oder die Person hat sogar selbst mein Team. Also irgendwas davon ist häufig der Fall. Gut. Ich hoffe, dass nichts war hintereinander. Weil ich habe noch nicht zum letzten Charme ausgeholt. Aber du hast da Flammenwurf eingesetzt. Komm, komm, komm. Okay. Okay, okay, okay. Das könnte nun klar gehen, wenn ich noch zu Ayahuas komme. Ansonsten wird das hart mit dem Feuerodem. Und ich mache ja kaum sofort Attackenschaden. Oh, ich bin genau da. Das habe ich verloren. Nein, ich war genau da. Ja, aber den Schilfe für Dingenskirchen aufheben hätte auch nicht geholfen. Der Feuerodem zu stark. Oh, knappe Sache. Okay, Mewtwo-Führung. Führung verloren. Und Kampf noch rumreißen können. Also, bitte den Namen in die Excel-Tabelle eintragen. Beim nächsten Mal weiß ich das Team, was ich machen muss, was ich auswechseln muss. Ja, das hilft natürlich sehr, wenn man das komplette Team weiß. Und es spielen hier so wenige Leute, je mehr Tage vergehen. Und alle warten jetzt nur noch, bis die Superliga zurückkehrt und bis sie dort spielen können. Wo das Ganze nicht so funktioniert. Weil natürlich mehr Leute da spielen. Und so, ja. 2900, irgendwas mit 40, war dann mein schlussendlicher Rekord. Dann geht es mit einem 1 zu 4 wieder komplett runter. Um 80 Punkte in etwa. Leider nicht geklappt. Hat leider nicht geklappt in der letzten Woche. Da findet man hier kein Match. Ich habe mal mit Crypto Mewtwo, als es dann rauskam, ein Video gemacht. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe so lange in der Warteschlange verbracht. Das war eben am letzten Tag oder vorletzten Tag von der Season. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah, du musst unbedingt ködern. Du musst unbedingt ködern. Ah, schade. Schade, 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 schade. Aber so geht es auch in Ordnung. 2, 4 und die 5. Na so. Okay, das Dialga war noch halb. Ich müsste jetzt drunter farmen können. Ein Wechselur dürfte nicht drum sein. Ja, farmen klappt. Okay, 2 Schilder. Du wirst schilden. Ich versuche Unheilböen. Ich versuche Unheilböen. Denn dann schaffe ich eventuell noch einen Spuckball hinterher. Aber nein, dann vergeht zu viel Zeit. Hm, wenn Melmetal dein letztes Pokémon ist, habe ich ein Problem. Ach du meine Güte. Okay, deshalb habe ich es nicht eingesetzt, sondern weil ich einfach zu 100% einen Schild vermutet hatte. Ich glaube aber, ich muss rausgehen. Denn wenn Melmetal dein letztes Pokémon ist... Ah. Okay. Ich hoffe, es ist nicht Melmetal. Ich hoffe, es ist nicht Melmetal. Hoffen wir einfach mal. Denn dann hätte ich nicht eins... Oh, nein. Nein, das war so nicht geplant. Okay, hier einzusetzen war unnötig. Leider ist mein Giratino schon zu weit unten. Na, Graudon. Okay, das habe ich gehofft. Das habe ich gehofft. Jetzt muss ich nur überlegen, komme ich zu Flammenwurf. Ich glaube nicht. Aber Flammenwurf würde schon mehr machen. Schauen wir mal. Ne, schauen wir mal. Oh, ich überlebe keinen Feuerschlag mehr, glaube ich. Ich überlebe keinen Feuerschlag mehr, deshalb versuche ich es mit dem Eeroas. Oh ja, okay. Huh. Huh, huh, huh. Das wird noch sehr knapp. Das wird noch sehr knapp. Bitte ein Charm. Ein Charm. Hol noch zu einem Charm aus. Okay, perfekt. Ich habe doch noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, jetzt muss ich wechseln. Denn du schaffst keinen ganzen Charm. Oh, die Alga, was ist da los mit dir? Huch. Nur gewonnen, weil ich den Boost hatte. Nur gewonnen, weil ich den Boost hatte. Das gleicht das Video von, keine Ahnung, gestern oder vorgestern aus. Nur verloren, weil der Gegner den Boost hatte. Okay, aber auf jeden Fall. Man bräuchte im Grunde. Dann müsste man sich auf 2900 und dann auf ein 5 zu 0 hoffen. Na, fertig. So kommen die meisten irgendwie drauf. Von 2900 und ein paar Punkte. Und dann mit einem Lucky 5 zu 0. Und so ein 5 zu 0 klappt natürlich, wenn ich mir jeden Melmetal-Namen aufschreiben würde. Und dann jedes Mal aus Versehen, oh, huch, App abgestürzt. Genau wieder beim Melmetal-Counter. Und das macht man einfach jedes Mal. Und zack. Dann hat man es. Dann hat man es. Also kompetitiv muss Niantic wirklich viel nachbessern. Aber auf der anderen Seite weiß man gar nicht, wo man da beginnen soll. Da gibt es wirklich ganz viele Baustellen. Wow. Ein 4025er. In dem Punkt der Bereich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Eine muss ich ehrlich zugeben. Okay. Und das machen auch eben alle, was man sieht. Einen Schild ziehen und dann in Mewtwo rein. Das haben die früher nie so gemacht. Das war mir mein großer Vorteil. Hier. Das macht einer. Und dann machen es alle nach, oh, Krypto-Version sogar. Ich hätte eventuell Aeros da einsetzen sollen, weil das macht schon ordentlich Schaden. Das macht schon ordentlich Schaden. Die Sache bei der Krypto-Variante ist, da vermutet jeder, oh, ich muss alles schilden, weil sogar Psycho-Stoß viel Schaden macht. Ja. Das ist nämlich genau das Problem. Aber, ah, schade. Schade, dass ich gedrückt habe. Okay. Egal. Macht nichts. Macht nichts. Jetzt bist du auf Null Energie. So. Wow. Hä? Moment. Da ist die Krypto-Variante. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich hätte gedacht, das überlebe ich nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber das ist vielleicht schlecht, denn jetzt konnte ich nicht mit Giratina farmen. Das ist vielleicht schlecht. Je nachdem, was der letzte... Ich kann jetzt diesen Trick da nicht machen. Jetzt kann ich den Trick nicht machen. Aber du... So. Bekommst mal den ab. Wenn du nicht chillest, dann bekomme ich dich down. Okay. Ich... Kraudon. Uh. Einen Feuerschlag abfangen wäre genial. Wie kann ich das jetzt am besten vermasseln? Ich glaube, das Beste ist einfach... Drinbleiben und noch das Aeroas. Okay. Du setzt direkt ein. Das ist perfekt. Ich glaube sogar, der Schild hier wäre nicht so verkehrt. Muss ich ehrlich zugeben. Na so, ich brauche das Aeroas. Und vielleicht noch einen Charm. Vielleicht noch... Nein. Oh ja, doch. Doch, doch, doch. Einen Charm machen wir noch. Und jetzt rüber. Wenn du köderst, glaube ich, hast du gewonnen. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt es drauf an. Aha. Neulich ist es genau umgekehrt passiert. Ah ja, perfekt. Perfekt. Jetzt muss ich Feuerschlag schilden. Ah, es wäre so schön gewesen. Neulich ist es mir genau umgekehrt passiert. Da habe ich geschildert. Dann kam Feuerschlag. Und dann... Oh, du hast noch so viel. Ich dachte, du hast weniger. Ich dachte, du hast weniger. Ich hoffe, das reicht. Weil ein paar Sofortattacken hätten mich kaputt gemacht. Ey, das ist gerade echt... Unglücklich gelaufen. Nein, das reicht nicht. Heieiei, hätte ich doch einfach nur ge... Leute, das war geplant. Hä? Was labert ihr in den Kommentaren? Ich bin schlecht und habe das nicht verstanden. Hä? Das war genauso geplant. Also wirklich. Läscht lieber den Kommentar. Der Super Saiyajin Dave ist am Start. Mal schauen, ob du dein Melmetal hast. Dann schreibe ich mir deinen Namen auf. Und beim nächsten Mal schließe ich die App. Also, das war der Grund, warum ich da ein Bummelsimmer eingeblendet habe. Bin das Video zigfach durchgegangen. Ob ich nicht irgendwo mal den Namen aus Versehen, dass man ihn kurz gesehen hat. Weil ich möchte definitiv nicht dafür verantwortlich sein. 6, 7, 8... Ah, ich weiß nicht. Ich habe noch keinen Schild verwendet. Na, irgendwie habe ich so ein gespürter Super Saiyajin. So, Psycho-Stoß. Genau. Also, ich will echt nicht dafür verantwortlich sein. Auch wenn es mich nervt, dieses Problem. Aber don't hate the player, hate the game. Niantic muss da irgendwas dran ändern. Dass man, wenn man die App schließt, eine Niederlage bekommt. Aber... Ich will nicht, dass man den Namen dann sieht von der Person und die Person gebannt wird. Oder so. Das ist wirklich das Letzte, was ich möchte. Und von daher... War gestern immer das Bummels davon. Das ist in Wahrheit kein echter Fehler. Sondern... Das ist einfach... Ja... So wie das Spiel funkt... Also... So wie das Spiel leider funktioniert. Traurigerweise. Na, okay. Ich muss ehrlich zugeben... Na, eine Sofortattacke mit Giratina holen wäre schon verlockend. Aber ich will dir noch nicht mein gesamtes Team zeigen. Deshalb gehen wir hier rein. So. Bitte kein Melmetal. Vermutlich die Alga? Hm. Nein! Okay. Okay. Da gehen zwei Schilde rein. Da gehen jetzt zwei Schilde rein. In dieses Giratina. Jo. Die Leute lassen hier die Alga zu Hause. Nehmen stattdessen Melmetal mit. Wenn du köderst... Ich glaube, du kannst zweimal ködern. Ich hoffe, du machst es nicht. Dann hasse ich dich dafür. Ja, es war klar. Es war klar. Also in dem Fall... Jeder würde hier ködern. Aber ich muss sogar den Köder schilden. Das ist wieder der Köder. Aber ich muss es einfach irgendwie schilden. Ich weiß auch... Ich hasse dich. Ich hasse dich. Einfach zweimal der Köder. Ich kann mir hier nicht mal Bonus-Energie holen oder irgendwas. Ja, doch. Ich hätte mit Giratina reingehen sollen. Eine Sofortattacke mit. Bei Mewtwo. Das hätte schon so einiges geändert. Ich glaube, ich schaffe leider nicht mal einen einzigen Spukball. Ich weiß nicht, ob ich wechseln sollte. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Ich muss einfach hoffen, dass ich den Spukball schaffe. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Aber... Nein, schaffe ich nicht. Ja, das habe ich schon gespürt. Na gut. Dann war es das leider. Okay, schade. Heieiei. Die komplett falsche Entscheidung getroffen. Naja, wenn ich dein Team gewusst hätte, dann wäre das anders gelaufen. Doch leider weiß ich ja dein Team im Vorhinein nicht. Und Achtung, der schafft noch zwei Attacken. Also nicht der Melmetal, sondern der Spieler. Einfach, weil Melmetal relativ schwach ist, sagen wir mal. Oh, ich hätte direkt wechseln sollen. Oh. Oh. Moment mal. Moment mal. Dunkelroter Bereich und noch ein Charm. Nein, perfekt. Huch. Okay, heute habe ich Glück. Na, jetzt habe ich gerade auf jeden Fall Glück. Na gut, ich bin gespannt. Der K-Faktor ist auf 18 beziehungsweise 36. Bedeutet, für einen Sieg bekommt man 18. Und der Punkt der Unterschied ist 36. Also der Gegner verliert 18. Ich bekomme 18, ist 36. Und das würde bedeuten, 36 mal 3. Äh, sorry. 18 mal 3 müsste ich jetzt hier bekommen. Also 54, wenn ich mich nicht, habe ich mich verrechnet, bestimmt. Und zwar mal schauen, was wir als Belohnung haben. Ein Galat, zickzacks. So, aber das habe ich echt schlecht gespielt am Ende mit Giratina und so muss ich sagen. Ich wusste genau, dass die Unheilböen die ganze Zeit kommen. Und ich habe nicht mal eine Attacke mit Giratina dann geschafft, oder? Ich hätte den Schild für Toggekiss aufheben sollen, in Wahrheit. Ich hätte den Schild für Toggekiss aufheben sollen. Na gut. Nein, will ich gerade nicht entwickeln. Und von... Wow, okay, das war viel. 2029, aber da war ich auch schon oft. Und hier ist diese Melmetalbarrikade. Ich kenne die Namen leider nicht. Und wenn ich sie kennen würde, würde ich es auch nicht machen, dass ich rausgehe. Aber das hilft natürlich. Das hilft auf jeden Fall. Na gut. Dann würde ich mal sagen, na was das, letzte Folge. Hier in der Meisterliga. Heute 22 Uhr, kommen alle, liegen wieder zurück. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop.